hallo und herzlich willkommen ich bin der lautschmer und mit mir wie immer an meiner seite der liebe schnappi halli hallo ja grüß dich lautschi und grüße in die runde jawohl topspiel prognose ist wieder am start samstagabend topspiel prognose und ja wir haben wieder natürlich dass der ersten liga genommen glattbach ist mal wieder vertreten nichts gegen glattbach um gotts willen aber ein bisschen mehr abwechslung wir jetzt in den letzten wochen schon ganz nett gewesen die muss gegen die hertha ran und wir wissen weil da da ist angezählt ja der kleine trainer wie er sich genannt hat ist ein kleiner trainer ja wenn bälle wenn hertha große trainer sucht wohl die große trainer dann geht der kleine trainer wieder in 16 alles in ordnung so hat es gesagt das ist immer die bescheidenheit es ist einfach erlebt ja hertha bsc er atmet hertha bsc es ist einfach ein hertha und deswegen halten sie auch so noch an ihm fest ja aber natürlich fußball wir wissen es alle ist ein ergebnis sport deswegen wird auch seine luft dünn muss man halt mal schauen es ist viel geld reingepumpt worden seitdem hier der investor dabei ist sind glaube ich über 330 millionen da will man natürlich ergebnisse sehen da kann es nicht sein dass so ein klub auf einmal immer wieder gegen den abstieg spielt also sie sind gefragt gerade daheim glattbach hat in letzter zeit mal wieder ein bisschen mehr in die spur gefunden die hütter hat ein bisschen gebraucht aber auch er hat jetzt die mannschaft auf kurs so weit so langsam ja und er ist sogar als national trainer gefragt gewesen tatsächlich aber hat gesagt es kam einfach zum einfach schlechtesten zeitpunkt er will er sieht sich immer noch als vereinstrainer irgendwann kann er sich mal vorstellen dass er österreich übernimmt als nationaltrainer aber jetzt momentan einfach nicht auch ralf hasenhüttl wurde gefragt anscheinend ich weiß nicht obwohl was mit voda ist ob der angezählt ist oder sonst irgendwas ob das nicht mehr machen will keine ahnung als ich weiß nur halt dass er die hütter auch gefragt worden ist aber das war zudem zu den trainern an sich der beiden mannschaften so da gucken wir mal was haben wir denn schönes bei ja da bleibt nicht viel da bleiben wir gerade so genau hier haben wir auch hier gleich kevin prinz porteng er natürlich sagt sich auch er rennt seinen leistungen hinterher aber er ist auch keine 23 mehr er hat auch gesagt er ist kein messi er ist kein er ist kein ronaldo er ist 34 jahre alt er versucht natürlich sein alles reinzubringen er weiß dass er momentan auch seine leistungen hinterher rennt aber ja wie gesagt da wird natürlich von ihm hat man natürlich als erhofft dass er so ein bisschen den leidwohlfalt übernimmt bisher auch noch nicht passiert und ja jetzt warten wir mal ab wo ich guck mal noch so so gehen wir noch ein bisschen raus und wir haben ja eigentlich schon mal einstellungen gemacht da war man eigentlich ganz gut damit wobei letztes machen wir sogar verloren das letzte spiel gegen erwähnt hat ist die nummer weiß es gar nicht stuttgart stuttgart was ja genau naja schauen wir mal wie gesagt beide mannschaften wenn ruhig doch zulegen wollen dann glattbach hat natürlich erwartungen da wäre es natürlich gut wenn zwar wieder eventuell champions league platz wäre dort hätte da hätten wir nichts dagegen hat er ja da will man einfach jetzt momentan schadens begrenzung machen ja das muss einfach nach oben gehen schauen wir mal wie es dann im olympiastadion zugange geht liebe stabil nimmt immer noch änderungen vor so jetzt geht es aber jetzt geht es aber los wir sind echt gespannt und auch ich habe mich natürlich hinterfragt weil natürlich die letzten ergebnisse haben auch alle gegen mich gesprochen nicht alle aber der stabi hat gut zugelegt und deswegen muss ich da jetzt auch mal ran so hat er hat haben wir haben sogar dings haben wir jetzt haben wir wieder direkt das mikrofon ausgemacht ja stimmt es gab mir den gab mir den einen patch jetzt ein bisschen fühlt sich auf jeden fall schon schade schade oh gott das war zu scheiße und so noch nichts nene sagt okay komm ist noch anfang des spiels wir lassen mal die gelbe karte stecken aber beim nächsten mal bist du dran der war so noch mal mal kein problem aber jetzt nicht schlecht gespielt idee war gut nur kein druck hin dabei bekommen haben sie sich durch rhein aber der war zu nahm torwart deswegen kein problem um der löst er sogar bisschen wie im basketball so hat er vielleicht mit der reingabe die ist gut die ist gut und der klatsch ab aber noch mal kommt raus wenn sie bei nie baby ich weiß es immer nicht ihr könnt mal reinschreiben über den ausspricht aber wieder kein problem für den torwart damit kann er nicht beeindrucken um der ist gut dran vorbeigelaufen er kann er nicht aufhalten die säcke hier vielleicht auch nicht gemacht das gibt es noch nicht den habe ich schon drüben gesehen ja ich ja ich auch nein gut dass er sich da verarspelt hat der war viel zu knapp viel zu knapp oh der ist gut doch mal mit der spitzen rettungstat und ihr ob es der den hin ja das ist das ob das für ein fehler aber her da da sieht man es herter nutzt auch die geschenke nicht aus böse ah 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 Oh, er bleibt immer noch am Ball, aber, hei, 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 oh. Oh, wurde er entscheidend gestört. Oh, aber Sommer ist da. Sommer ist da. Uh, da hat er Glück gehabt. Ah, der war wieder. Oh, warum nicht? Man probiert es einfach mal. Man probiert es einfach mal. Boah, der Druck war hoch. Oh, oh, komm schon. Hei, da wollte er gleich weiterspielen, aber wurde entscheidend gestört. Was ist denn los mit der Hertha? Was ist los mit Gladbach? Ah, ei, 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 ei. Mensch, da ist doch keiner. Mann. Oh. Alter. So eine Fehlpässe, ey. Da war er selber überrascht. Da war er selber überrascht. Plattenhardt jetzt. Was ist denn da? Warum macht er das? Oh, der kommt gut. Ah, nein, der kommt ja nicht zum Abschluss. Da. Ah. Wow. Uh, im Nachschuss noch. Und der gefährliche Schwullow musste da nachgreifen. Jetzt gehen wir in die Halbzeitpause. Beides, äh, noch kein Tor. Es steht 0-0. Beide können noch los. Können noch wirklich 3-1 drauflegen. Da ist noch ordentlich Luft nach oben da. Sowohl bei Hertha als bei Gladbach. Er hat da gut angefangen, gut Druck gemacht. Gladbach hatte da erstmal kein Mittel. Aber sie haben dann diese Chancen und auch das eine Geschenk leider dann nicht annehmen können. Da muss auf jeden Fall dann noch ein bisschen mehr kommen. 8 zu 6 Schüsse. Das sieht man ja schon mal, dass da auf jeden Fall was ging. Ja. Ja. Ansonsten, ja, ein gutes Spiel haben wir da bisher gesehen. Aber da kann natürlich trotzdem noch Schippe draufgelegt werden. Ganz klar. Schauen wir mal, was die zweite Halbzeit so verspricht. Beide Mannschaft gehen erstmal, glaube ich, unverändert in die zweite Hälfte. Oh. Yo. Haha. Yo. Ich wollte eigentlich den anderen anspielen, aber okay. Äh. Na. Oh, schön. Das gibt's doch nicht. Ey, bis ich die angewählt hab. Bis ich die angewählt hab. Yo. Ja, saumann. Bis da der rote, also das ist auch so ein Ding. Ich wechsle die Spieler und bis der das dann angenommen hat, ja, war schon. Egal. Ja. Kommen wir. Ja, da bis. macht man da so jetzt ist glattbach natürlich gefragt aber lässt sich dann so wieder den ball abnehmen ja 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 das ist natürlich grupale sich so jetzt haben sie wieder den ball gehabt aber was denn jetzt also gar kein abseits gesehen also diese hereingaben aber zweifelig noch hatte warum nimmt er die net an warum nimmt er die net an ach ja komm es ist doch es ist doch wieder einmal ab in die luft ein problem für sommer und das spiel läuft wieder und kann man wechseln was macht dann ich bin mal muss noch mal wechseln bitte kurz wo ist er denn ach da ich bin auch mal überlegen ob ich noch was mach komm neuer haus geht krama kommt hertha kommt ja richter und jadek oh gott das egal ich glück auch was war abseits die zeigen auch keine wiederholung mehr was abseits angeht diese scheiß abwahl leider direkt aus dem tor ja 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 immer diese scheiß abwahl jetzt können sie nicht durchsetzen was macht er denn also wie silke kann nichts draus machen und 40 gibt es denn das da jetzt werden es sei doch keiner rangeht wenn man alter schwede ich glaube es nicht der schalker ex schalker mit einer flanke macht er macht selbst machte einfach nicht hallo man hat da zwei nur auf den schlappen oder verletzt wo sehr nach verletzt der wiederkommt stroller rettet härter den arsch schön mit aller macht alter das gibt es doch nicht und wächter ding ja selke kann sich wieder nicht durchsetzen wie die sich teilweise steuern lassen unter alles jetzt ist die frage liegt es an uns oder liegt es an der treppe natürlich liegt es immer am spiel schön und wieder nix aber ja kommt also das gibt es nicht lagen zu lagen ja jetzt ist mal gelb für toussaint oder wie man ihn ausspricht und pietek mit einem heber er soll mal lieber so drauf schießen und statt hier heber zu machen alter schwede der dardai, der Tone Matz ja oder boha oder was da wieder ne ne da da was für ein ding krasser scheiß aber echt wow hab ich nicht mit gerechnet oh man ja ja wäre natürlich der hammer wenn es hertha so wuppen würde und natürlich auch noch da da so ein tor noch raushauen würde das wäre natürlich krass werden befreiungsschlag definitiv die hertha ja wird wieder wahrscheinlich die hütter ja eben wieder so ein bisschen die unbeständigkeit dann wieder heraus ja keine ahnung ich habe auch heute überhaupt keinen zugriff gehabt also es ist es ist irgendwie ganz komisch du hast ja mal immer irgendwie mannschaften da geht ja wenigstens etwas aber hier sehr sehr wenig bis fast gar nichts schwierig sehr schwierig weiß auch nicht ich weiß auch nicht ich bin mal gespannt wie sich das bei den nächsten matches so verhält ja ja schauen wir mal auf jeden fall ähm ja da sehen wir es nochmal 1a schön abgezogen und dann wow krass krasses teil richtig schöne Flugbahn und dann ja ja passt das teil hammer ja schnabby was hast du zu sagen ja wie du schon sagst irgendwie hattest du gar keinen zugriff auf glattbach das habe ich auch gesehen das stimme ich dir vollkommen zu es war sehr ausgeglichen in der ersten halbzeit da dachte ich dann okay wird ein super spiel also es ist ja auch so ein super spiel also es war ja trotzdem definitiv auf jeden fall genau es war ja trotzdem eng und ja also dieses 2-0 ist natürlich also meines Erachtens ein graue Tor und im endeffekt dann halt doch verdient aber gut ja das ist natürlich dann schwierig muss man mal gucken ja ja gut da mal nicht vom spiel an sich war einfach von der mannschaft jetzt gerade aber es hat schon komisch wegen zuletzt schon allein gegen die mit den bayern wo ich gedacht habe äh 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 da ist gar nichts gegangen und naja mal gespannt ich bin sehr gespannt was da los ist ja schauen wir mal in diesem sinne macht's gut wenn es euch gefallen hat gibt gerne mal einen Daumen hoch äh äh und ähm ja lasst gerne einen Kommentar da fühlt euch da frisch von fröhlich frei und dann sehen wir uns das nächste mal wieder bis dann macht's gut ciao ciao joh bis by 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 the